Slenderman Allein der Name versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Was viele nicht wissen, der Slenderman in Europa ist bedroht. Sein natürlicher Lebensraum wird durch den übermäßigen Siedlungsbau zunehmend eingeschränkt. Immer öfter wagt sich die Kreatur auch in bewohnte Gebiete vor. In kürzester Zeit hat der Slenderman ausgefehlte Tarnstrategien entwickelt, um sich seiner neuen Umgebung perfekt anzupassen. Die Regierung warnt vor folgenden Erscheinungsformen. The Businessman The Gentleman Nicht zu verwechseln mit dem Steampunkman The Weird Old Pilotman The Bluesbrotherman The Yo-Man Man The Afro-Man Und last but not least The Just-Once-A-Hawk-But-Forever-Alone-Man Seien Sie auf der Hut, denn der Slenderman walt längst unter uns.